A 2.2. Punkte a n min x minus 0,5x plus 4 auf der Geraden g und Punkte d n x und minus 0,25x² plus 1,5x minus 4,75 auf der Parabel p haben dieselbe Abszisse x und sind Eckpunkte von Rechtecken a n b n c n d n mit a n b n gleich 1,5 mal a n d n. Zeichnen Sie das Rechteck a 1 b 1 c 1 d 1 für x gleich 5 in das Koordinatensystem zu a 2.1 ein. Das Koordinatensystem und die Gerade und die Parabel habe ich jetzt hier unten und muss schnell überlegen, wo dieses Rechteck liegt. Wir haben die Punkte a, die liegen auf der Geraden g und wir wissen, x soll gleich 5 sein, also können wir einfach nachgucken, hier x gleich 5. Gehen wir nach oben, bis wir auf die Geraden treffen, also ist hier der Punkt a 1 zu finden. Die Punkte d n liegen auf der Parabel, also gleiches Spiel, x gleich 5, so lange nach unten gehen, bis wir auf die Parabel treffen. Da haben wir den Punkt d 1. Dann können wir schon mal die erste Seite einzeichnen. So, jetzt braucht man natürlich noch die anderen Seiten des Rechtecks und da wissen wir jetzt, die Strecke a n b n ist 1,5 mal a n d n. Die a n d n haben wir ja hier gegeben und jetzt müssen wir einfach nur das 1,5 fache hiervon rausfinden und dann wissen wir, wie weit wir nach links gehen müssen. Der Punkt a 1 können wir schnell ausrechnen, wo der liegt. Wenn x gleich 5 ist, setzen wir einfach hier für x 5 ein, also hat er die Konkurrenten 5 und minus 0,5 plus 4 sind 1,5. Auch für dieses x, diese Zahl hier einsetzen. Das gleiche machen wir mit d n, wobei wir hier noch einen Schritt schneller sein können, weil das haben wir vorher im Taschenrechner nachgeschlagen, wo dieser Punkt zu finden ist. Der ist nämlich auf 5 und minus 3,5. So, und wenn wir jetzt die beiden y-Werte voneinander abziehen, dann können wir die Strecke a 1 d 1 berechnen. 1,5 minus minus 3,5 und das ergibt eine Länge von 5. Also hat a 1 b 1 1,5 mal 5 als Länge und ist damit 7,5 Längeneinheiten lang. Also ich gehe von a 1 7,5 Längeneinheiten nach links. Wir wissen ja, es soll ein Rechteck sein, also ist hier ein rechter Winkel zu finden. Ja, von 5, 7,5 nach links, dann landen wir auf minus 2,5. Also hier, hier ist der Punkt b zu finden, b 1 und das gleiche machen wir mit d. Wenn wir 7,5 nach links gehen, dann finden wir den Punkt c 1. So, dann nochmals verbinden. Und haben wir unser Rechteck a 1, b 1, c 1, d 1 fertig.